Sozifreunden oder linken Freunden, das ist ein Euphemismus, das sind keine Freunde, die Diskussion geführt, wie gibt es denn das? Wenn ihr mir vorwirft, sie haben, und in Österreich wird immer größer, die Menschen haben immer weniger Geld, wieso erhöht sich denn die Teilzeitquote nicht? Wieso erhöht sich die nicht? Nicht einmal bei den Frauen, die keine Betragungspflichten haben. Wenn ihr jetzt wenig Geld habt, gehen wir mal rein. Weil dann muss ich einmal Geld haben. Das passiert aber nicht. Die Teilzeitquote ist unverändert. Genauso schreibt man, ein Kind in Österreich kriegt keine warme Mahlzeit. Wieso nicht am meisten dabei gestört hat, dass ich keine Empörungswählen, auch in den Leserbriefen nicht gesehen habe, was eigentlich mit den Eltern. Was heißt, ein Kind kriegt keine warme Mahlzeit in Österreich? Wieso ist die billigste warme Mahlzeit in Österreich? Sie ist nicht gesund, aber sie ist billig. Ah, hier ist es ein Burger beim McDonalds. 1,40 Euro. Wenn ihr jetzt noch Pommes dazu kauft, sind es 3,50 Euro. So, und jetzt behauptet wirklich einer Ernsthaft, wir leben in einem Land, wo die Eltern ihrem Kind dieses Essen nicht leisten können. Jetzt können wir noch darüber reden, ist gesund. Da muss ich was anderes tun. Nur wenn wir uns in dieser Diskussion verlieren, und das ärgert mich massiv, weil es in den Medien überhaupt nicht stattfindet, dann reden wir von Staatswirtschaft. Dann heißt, jeder Elternteil hat sein Kind beim Staat einzuwählen, wir machen Kalorientabellen, wir schauen, wie viel Kind, wie viel Essen kriegt das Kind, wie wird es ernährt, und dann sind wir in der DDR. So schaut es in linke Welt aus. Das ist unser Problem, aber dort fahrt es auch hin. So kommt ja auch eine Diskussion her. Also wir müssen mehr als fahrt es sein. Wir haben in Haaren eine neue Firma, die heißt AMS, da geht man hin, treibt man die Verhältnisse. Moment, Moment. Ich nehme mir das alles genau an, jeder weiß nicht, wo ich bewusst bin. Also da kannst du direkt heim, das ist böse, weil die anderen sagen, wo ich direkt. Das sind halt eben, das ist so, man. Das hört ja alles aus. Warum? Weil wir im Argument besser sind als die anderen. Nur Argument ist keine Emotion. Das ist momentan mein Feind. Wir leben in einem der besten Länder Europas. Wir stehen nach Luxemburg in der Frage, wie es den Menschen geht. Wir haben die Kaufkraft erhalten, sogar inflationsbereinigt um 0,9% im Plus versus andere Länder im Minus. Ich kann das 100 Mal erzählen. Es ist jedem wurscht, wie er sagt, ich habe weniger Geld. Okay. Mit dem muss ich genauso leben. Kein Problem, wenn einer 30 Stunden arbeitet oder 20. Aber ohne Subvention von uns alle die fleißig arbeiten. Ja, ja. Halt es halt bitte noch ein bisschen. Aber ich bin ja mit dir. Warte, bitte. Ich komme, ich komme zu dem. Was ist in Österreich real? Real ist, über all das darf ich mich mit dir eigentlich gar nicht unterhalten. Warum? Weil dann kommt nämlich die Gewerkschaft her und die Wirtschaftskammer her und sagt, hey, wo ist die Sozialpartnerschaft? Sozialpartnerschaft. 98%. 98% der Arbeitnehmer ist an einem Kollektiv verhandelt über die Sozialpartnerschaft. Und jetzt muss ich mit dem, ich versuche es im Hintergrund. Wir haben letztes Jahr versucht, dass die Lohnabschlüsse weniger hoch ausfallen. Aber nicht, damit die Arbeitnehmer weniger Geld haben, sondern wir haben folgendes Angebot gemacht, der Gewerkschaft. Wir machen die steuerfrei, PPD 3000 Euro. Sie ist steuerfrei für den Arbeitnehmer, sie ist sozial abgabenfrei für den Arbeitnehmer und sie ist für den Unternehmer Arbeitgeberbeitragsbereit. So dass alle was davon haben. 3000 Euro, Punto für Netto. Und wir schaffen die kalte Progression. Das heißt, in der Tarifstufensenkung von 42 auf 40, von 35 auf 30, von 25 auf 20, bleibt jedem Arbeitnehmer jetzt entsprechend der Höhe der Lohnabschlüsse automatisch mehr Geld, plus der möglichen Prämie, weil der Rahmenbedingungen ist ja schon. So, wir haben es hier mit welcher Wirkung. Die Gewerkschaft sagt mir, Naturregnungszeitung ist Naturregnungszeitung, ist Naturregnungszeitung, komplett Naturregnungszeitung. Also ihr könnt euch schon vorstellen, was das für den Herbst bedeutet. Die Gewerkschaft ist der Sturm. Und dieser Teilzeitwahnsinn, das wollte ich nur gerade sagen, bis es dazu gekommen ist. Wir haben die Teilzeit eingeführt in einer Zeit, als wir zu wenig Arbeitsplätze gehabt haben, schauen wollten, wie können wir flexibler werden, wie bringen wir auch Frauen in den Beruf, aber haben auch gleichzeitig Zweiteilung. Wenn wir aus einem Arbeitsplatz fahren, 20 Stunden, 20 Stunden, dann 40 Stunden in Summe. Aber du hast zwei Arbeitnehmer, die beschäftigt sind. Jetzt sind wir in der Situation, wir überalten in der Gesellschaft, wir haben in Österreich 200.000 Offen erstellen. Ich sage es jetzt nur gerade, 200.000 offene Städte. Und wir haben heute noch Arbeitslose über die Euro. Ja, naja, wir haben 300, pass auf, wir haben 300, irgendwas 1.000 Arbeitslose, aber von denen musst du schon von vornherein haben, weil wir nicht. Aber das ist unwillige, schick, Arbeitsunterricht. Nicht noch, wir haben unwillige, aber wir haben auch nicht. Wir werden in jedem Jahr arbeiten, und das Unternehmen haben keine Freude damit. Das Problem ist, wenn du das Veranstaltungen hast, AMS, unsere Systeme sind auf diesen demografischen Wandel Null vorbereitet. Weil, wir haben extra die Rot-Weis-Rot-Card reformiert, sodass wir die Beiträge reduziert, damit ihr die Rot-Weis-Rot-Card beanprachen könnt. Wisst ihr, wer der größte Begrenzer war in der Rot-Weis-Rot-Card? Nicht die Blauen, nicht die ÖVP, die Gewerkschaft, die ist halt Lohndumping droht. So, also jetzt haben wir die so weit verhofft, dass ich gesagt habe, wir können uns alle setzen. Jetzt sind wir ungefähr bei 1.800, 1.100 Euro. Das war am Anfang ein Kass bedroht, weil es oft gab. Jetzt beantragst du als Unternehmer jemanden, du brauchst einen Drittstaat an Arbeitskraft, sagst aus dem AMS, das AMS checkt zuerst in deiner Region, dann schicken sie dafür Hara, die nicht umhaken wollen, dann ist schon mal wichtig, dass du das wieder meldest. Ich weiß, es ist ein Punkt C der Rese, aber Arbeitsverweigerung ist zu melden. Und dann sagt er, der Beirat, ob es richtig ist oder nicht, dass die Rot-E-Rot-Card genehmigt wird. Und im Beirat des AMS regional sitzt die Sozialpartnerschaft. Nur damit wir wissen, wer es in Österreich abgeht. Und das sind die Blockaden, die wir lösen müssen. Und das ist wiederum, hochsensibel, ich stehe ja bei euch, wir sind alles gern für ÖVP, aber wir wissen, was Leiden heißt. Das Problem ist ja, das muss das dann mal politisch umbringen. Das ist in der Verfassung verantwortet. Das kannst du dann mal mit einer einfachen Mehrheit beschließen, geschweige denn mit einer links-alternativen Partei als Koalitionspartner. Und nur eins auch gleich sagt, ich war Generalsekretär unter rückisch-blau.